Okay, ne, wir kommen... Wir kommen tatsächlich in den Keller. Weil hier war ja nichts, ne? Also, ich brauche hier ja eigentlich nichts machen. Ähm, hier ist ja nichts. Wollte einfach nur mal testen, ob wir noch in den Keller kommen. Achso, ja. Äh, eins. So, dann gehen wir mal in die letzte Tür. Und zwar die grüne. Äh, Pille, Pille. Nein, 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 nein. Ich bin schneller, Junge. Ich bin schneller. Mit dem wollen wir uns gar nicht aufhalten. Mit dem wollen wir uns gar nicht beschäftigen. So, wir sind in Lukas' Hütte. Äh. Okay. Lockerungsübungen. Jeden Morgen. Keine Ausreden. Die Lebenserwartung eines Radiomoderators betrug fünf Sekunden. Immer den Widrigkeiten trotzen. Boah. Was? Eine Sterblichkeit von fünf Sekunden? Das ist ja... Das ist ja super. Okay, da will ich wahrscheinlich irgendein... Boah. Das waren nur ganz komische, wilde Geräusche. Ah, Pille. Ich will zurück, wenn ich das brauchte. Ganz viele Pille, ganz viele andere Sachen. Hier haben wir sein Tape. Ach, das Telefon. Das wird doch gleich klingeln. Das wird doch gleich hundertprozentig klingeln. Bekannte Einrichtungen und zugehörige Standorte. Meier Corporation. 600 Meier Boulevard. Meier Corporation. Blablabla. Meier Distribution. Carolina Meier AG. Katolsky Inc. Meier Pharmazeuticals. Umsatz. 25 Millionen, 24 Millionen, 28 Millionen. Also es wurde auf jeden Fall... Die hatten auf jeden Fall ein gutes Wachstum. Ein gesundes Wachstum. Zwischen 1945 und 1973 führten Regierung und CIB zahlreiche umfangreiche Experimente mit psychoaktiven Drogen durch. Ähm, das ist das Central Intelligence Bureau, ne? Siehe hierzu Forschungsarbeiten zu. MK, äh, Montauk, Akten, Schiffswerft, Philadelphia, etc. Akten über Grönland-Haigifte entdeckt. Töne und Pilzextrakte, Rainbow, Herbizide, Agent Orange, Agent Purple. Wie passt Rainbow da hinein? Agent Green. Soldaten gleich Regierungseigentum. Größer als Zivilisten gleich Privatrisiko nutzen. Okay, die Soldaten stehen anscheinend über den Zivilisten. Nett. Oh, ich wette, das Telefon klingelt gleich. Ich wette, das Telefon klingelt gleich. Oh, was haben wir hier? Keine Kraft. Ah, kein Strom. Natürlich. Wie kriegst du da denn jetzt Strom rein? Wie kriegst du da denn jetzt Strom rein? Mit einer Pille? Ne, ne? Mit einer Pille wird es so einfach, oder? Okay. Warum? Ja. Okay, dann müssen wir, dann müssen wir da noch das Teil finden. Da wird hier drin wahrscheinlich die Schallplatte sein. Und den Gegenstand, den wir dafür brauchen, werden wir dann jetzt in seinem Tape wahrscheinlich finden. Gehe ich mal von aus. So, soll ich einfach durchlaufen? Ich laufe einfach durch, ne? Weil hier ist ja auch der, der andere Typ hier. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Ich hab keine Ahnung, wo er das macht. Okay, sehr schön. Okay, sehr schön. Ein bescheuertes Maniak, wie Lukas, gibt dir falsche Hoffnung. Du beibst ihn ohne Frage. An diesem Punkt ist es schwierig, es als Insult zu nehmen. Es gibt keinen Kuchen am Ende des Regenbogen. Es gibt nur mich. Du willst mich ja die ganze Zeit nur töten. Warum sollte ich denn auch auf dich hören? Lukas könnte dir dein Kuchen aus hier sein. Du musst ihn kontaktieren. Ich finde einen Weg. Was du da bist, wenn du da bist, lasst es dich nicht verhindern. Geh weiter. Unsere Freundin, unsere Frau, ist sie irgendwie verwandt mit uns? Oh! Hoppla! Oder eine Verwandte, Schwester. Volle Kanne! Jawohl! Und los geht's! Mal sehen, wie groß das Level jetzt ausfallen wird. So, Kitty Cat. Es geht los. Aber erstmal werden wir ja wahrscheinlich die anderen Tapes und zwar haben, ne? Wir werden hier nicht direkt... Ja, die Hütte im Wald. Es wurde ja angesagt. Hohnband Lukas. Das ist ein guter Ort. Was hast du hier? Cozy. Und diese Tafel? Ist es mahogany oder oak? Ich habe eigentlich keine Ahnung. Okay, Herr Kohl. Warum solltest du dich nicht so, dass wir mit den Basiken beginnen können? Hast du schon mal eine Therapie oder eine Anwendung gemacht? Direkt nach dem Punkt, Doc. Entschuldigung, ich... Du bist nicht der erste Therapist, die ich mitgebracht habe, aber manchmal finde ich es schwierig, zu öffnen. Die letzten Therapie-Sessionen waren sehr produktiv. Okay. Ich vermute mal, das wird wieder ein riesen Gelände werden. Ein riesiges Waldgelände. Ich bin nicht ein super-Socialer Typ, also du bist der erste Person, mit dem ich mehr von Ascendant gesprochen habe, seitdem ich hier bin. Einmal ein Monat. In diesem Fall, willkommen in Mildenhaven. Ah, willkommen. Since I'm on the road so much, I tend to keep to myself, but sometimes I feel like paying people to talk to me. Hehehehe. Ich habe nur ein kleines Kabin, nur außerhalb der Stadt. Es ist ein schönes Upgrade, aus dem Leben in einer Fahrt, mit Gehäuse zu leben. Das Ding ist ja auch, in unserem komischen Geister-Spuk-Apartment-Haus laufen wir ja auch die ganze Zeit dann direkt in deren Hütte oder Häuser, welche ja eigentlich... Welche ja eigentlich überhaupt nicht in diesem Apartment-Haus liegen. Okay. Noch ein bisschen schneller rüber springen. So, what brings you here? That's a good question. I need help, Stan. Zane. Vielleicht. You see, how this usually goes, is that I tell you, the therapist, a story from my time in the armed forces of horrifying experiments, government conspiracies and cover-ups. And at some point, you're gonna give me the look. The look? The look you're giving me right now. The look that says I'm talking to a lunatic. So was ist schlecht, wenn man das von einem Therapeuten denkt. Oder Psychologen. Die haben da auf jeden Fall keine gute Basis dann. Eine gute, ganz viele Tapes. Ein lunatic? Nein. Aber ich bin ein bisschen puzzelt. Ich würde sehr gerne deine Geschichte hören. Okay. Ich werde es dir erzählen, aber ich habe mich für Jahre gemacht, also ich hoffe, dass du es ernsthaft hast. Ich nehme mich ernsthaft. Und nicht gib mir den Blick, auch nicht. Lass mich dann ein bisschen zu reden. Okay? Okay. Mal sehen, was du zu sagen hast. Okay, das war's. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was für ein riesen Level wir als nächstes kommen. Was das hier sein wird. Achso, übrigens wurde ich eben gerade auf dem Balkon auch ziemlich blöd angestarrt. Weil ich mit meiner Boxershorts auf dem Balkon gegangen bin. Auf dem Kopf. Die Frau wird sich glaube ich abgewundert haben, warum ich eine Boxershorts auf dem Kopf habe. Stelle den Funkkontakt her. Okay. Milton Haven in Ungewissheit. Kolumne von Janice Rex. Das Leben in Milton Haven hat sich spürbar verändert. Ein sonderbares, unerklärliches Gefühl der Angst liegt in der Luft. Die Menschen sind dieser Tage sehr nervös. Anwesende eingeschlossen. Erzählte Joseph Merrick, während er an einem Glas Leitungswasser nippte. Oh, das darf er doch nicht trinken. Ich bin normalerweise ein helles Köpfchen, aber in letzter Zeit spielt mein Verstand verrückt. Die Verbrechensrate der Kleinstadt hat sich in den vergangenen Wochen mehr als verdreifacht. Die Dinge, die in den finsteren Winkeln der Herzen der Menschen lauern, sind zu Tage getreten. So Ted Krill, der örtliche Priester. Monster und Wahnsinn sind die Strafen für unsere Sünden. Des Weiteren berichten einige Einwohner seltsame Stimmen unbekannten Ursprungs gehört zu haben. Irgend so eine Forscherin war plötzlich in meinem Kopf und fing an, mir Fragen zu stellen. Wer hat denn Zeit für sowas? So ein Einwohner, der anonym bleiben möchte. Während der Ursprung dieses jüngsten Trends derzeit noch im Unklaren liegt, beschäftigt eine hartnäckige Frage die Einwohner von Milton Haven. Wann wird das aufhören? 5. April 1997. Ich dachte, der steht da schon wieder, der Typ. Okay, jetzt halt die neueste Mode. Morgen laufen die Nachbarn genauso rum, weil die denken, ist der Typ krass cool oder was? Und so etabliert sich der Trend. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sogar tatsächlich am überlegen, wenn ich mir die Kamera und mein Handmikrofon schnappe und damit auf den Kiez gehe, ob ich mir da wirklich die Boxershorts auf den Kopf setze, während ich den besoffenen Leuten oder angetrunkenen Leuten irgendwelche dummen Fragen stelle. Ich glaube, so kann ich das noch weiter etablieren, oder? Okay, hier scheint nichts zu sein. Da ist auf jeden Fall... Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ich gehe mal kurz erstmal hier hoch, bevor ich da weitergehe, weil dort habe ich eine Telefonzelle gesehen. Und da wird mich der Typ doch gleich sicherlich wieder anrufen. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Tür, die ich aber nicht aufbekomme. Nee. Okay, dann... Also wir kommen hier auf jeden Fall noch rein. Der Ankerpunkt. Na gut. Ich habe es gewusst. ELYSIUM STATE PARK. Je going to listen to me? Fine, Dann vormge ich, you pay close attention to what he has to say... ob例えば... Is the last bedtime story, yang you'll ever hear. Rainbow. Out! okay! Na gut! Okayנke settle... Department of Agricultural Elysium State Park. Aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen. Verboten. Folgendes ist im Sperrgebiet untersagt. Erstens Zutritt oder Aufenthalt im Sperrgebiet. Das Sperrgebiet umfasst sämtliche Gebiete und Straßen, die zu der stillgelegten US Army Anlage Fort Thunder gehört oder damit verbunden sind. Einschließlich des alten Bunkers. Oh nein, Bunker. Ausnahmen. Folgende Personen sind von dieser Anordnung ausgenommen. Erstens Bundesbeamte, aber auch Mitarbeiter von Maya Pharmaceuticals mit entsprechender Genehmigung. Zweitens Dr. Desmond Wells. Weg. Diese Anordnung dient dem Zweck, dir den spektakulärsten aller möglichen Tode zu bieten, der nur noch vom Hitzetod des Universums übertroffen wird. Es wird dich treffen, wie der Blitz. Oh Gott. Oh Gott. Das klingt überhaupt nicht einladend. Das klingt überhaupt nicht einladend. Und ich finde das auch cool, dass so die ganzen Level auch in den farblichen Thematiken der einzelnen Türen und der einzelnen Personen widerspiegelt wird. Wiederspiegelt. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Was? Was war das denn für ein Bassgeräusch? Boah, was ist das für ein ekliger Bass? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was kommt da wieder auf uns zu? Was kommt da wieder... Was ist das? Sind wir hier bei Krieg der Welten? Sind wir hier bei Krieg der Welten? Okay. Das ist... extrem uncool. Ähm. Ich laufe erst mal hier entlang. Da hinten ist eine Hütte. Hier komme ich nicht durch. Da ist eine Karte und da sehen wir dann, wie groß das ganze Gebiet wieder ist, ne? Boah. Ach, du Heiliger. Es ist ja wieder so ein Riesengebiet. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Okay. Von der Rangerhütte kommen wir in den Südwald. Von dort aus in den Wachturm. Und dann gehen wir hier wahrscheinlich einmal so rum. Der Friedhof. Schön. Schön zu wissen, dass wir auch auf einen Friedhof kommen. Das ist ja ganz toll. So, ich bin da mal weg. Arbeiten gehen. Viel Spaß noch. Lieber Monk, vielen, vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Zwischendurch gelurkt hast. Punkte gefarmt hast. Dann alles, alles Gute und viel Spaß auf der Arbeit. Grüß mir den Joko und Klaas von mir. Oh shit. Das ist wieder so ein Spucker. Throw ein Flashback. Das ist wieder so ein Spucker. Oh nein. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ah. Oh Gott. Oh. Ah, da. Oh Gott. Ist hier noch einer? Nee. Oh. Um Gottes Willen. Leute, Leute. Was macht ihr hier mit mir? Nein. Die Flashback reicht natürlich nicht aus. Ihr müsst natürlich auch nochmal drei Dixper Skills wieder auf einmal reinhauen. Und alles vom Searcher. Sehr gut. Immer gerne. Ja, Punkte sind leer, ey. Muss sammeln. Ja. Das Problem habe ich bei dir auch, lieber Monk. Allerdings sind deine Chancen auch massiv überteuert. Die Elysium State Park Cable Connection ist offiziell eröffnet. Genießen Sie die Fahrt und erleben Sie das Panorama des Elysium State Parks aus 60 Metern Höhe. Tickets gibt es in Fortunate Isles Way Nummer 16 in Milton Haven. Wir freuen uns auf sie. Die Parkdirektion Milton Haven in Zusammenarbeit mit der Wasseraufbereitungsanlage Milton. Sehr schön. Es ist blockt von der anderen Seite. Da kommen Geräusche raus. Nee, nee. Die Preise sind in Ordnung. Nee, nee. Das finde ich überhaupt nicht. Massiv überteuert, mein Lieber. Massiv überteuert. Also ich weiß ja, dass wir hier in Deutschland mittlerweile eine recht hohe Inflation haben. Aber so hoch, mein Lieber. Okay. Notiz am ich. Prüfe, ob der Notfallgenerator mit meiner Punk Bake kompatibel ist. Falls es funktioniert, müsste ich den Generator vom Innenraum der Hütte aus einschalten können. Es ist ein feintes Haus. Es sieht aus wie ein Radio-Device. Es ist blockt von der anderen Seite. Da werden wir sicher später dann nochmal längs kommen, ne? Weil im Inventar habe ich nichts. Wir gehen doch noch einen Weg nach oben, oder nicht? Wenn ihr das liest, bin ich längs weg. Ich bin, ich bin euch auf der Spur. Ich weiß, was ihr getan habt und werde euch nie verzeihen. Ich werde nicht aufhören, bis ihr eure gerechte Strafe erhaltet. Wenn ihr mich verfolgt, habt ihr eine Zielscheibe auf dem Rücken. Und wie ihr seht, bin ich ein verdammt guter Schütze. Mit freundlichen Grüßen, ihr könnt mich mal. Jawohl. Genauso müssen Grüße ausgerichtet werden. Ähm. 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 Komme ich hier hoch? Ja. Ähm. Ich kann damit auch nicht interagieren. Sieht aus wie ein nutzvoller Schortcut. Nichts. Ich kann damit auch nicht interagieren. Fall in der Ankerturm. Muss ich da durch? Au, 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 okay. Entschuldigt. Ja. Okay, da komm ich, da komm ich definitiv nicht durch. Kann ich hier irgendwas machen. Okay, hier sind auch keine Kabel. Boah. Junge. Meine Güte. Was war das denn? Mann, Mann, Mann. Der hat mich, der hat mich erwischt. Ah. Music Monk. Das hat doch gerade geblinkt hier, oder? Some sort of an electrical gizmo. Some sort of an electrical gizmo. Okay. Aber da kann ich, da kann ich nichts machen. Da ging der Pult hoch, ja. Kein Wunder, kein Wunder. Ich laufe jetzt einfach mal wieder ein Stück zurück. Weil. Irgendwas, irgendwas müssen wir ja übersehen haben hier. Billen. Oh. Okay. Okay, im Zug, im Zug war nichts mehr. In dem Baggon war auf jeden Fall nichts mehr. Da gucke ich nochmal die Autos. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Ich gehe auch gleich nochmal zu dem Ankerplatz da hoch. Vielleicht. Und hier kann ich ja auch nichts machen. Und vielleicht ist die Tür ja mittlerweile offen. Da oben. Hätte ja klappen können. Hm. Okay. Wir gucken, wir gucken nochmal kurz auf die Karte. So, jetzt bin ich aber weg. Yo, Musicbook. Dann alles Gute dir. Viel Spaß. Äh, vielen, vielen Dank noch für den Schocker. Und viel Spaß dir. So, wir sind hier. Über die Brücke kommen wir nicht. In die Ranger-Hütte können wir auch nicht reingehen. Und hier oben der Wachtturm ist für uns auch eine Sackgasse. Wir müssen hier irgendwas finden, womit wir das aufschlagen können oder so. Oder wir finden tatsächlich dieses Teil hier. Ja, aber ich finde einen Weg in Lukas' Hütte. Stell den Funkkontakt her. Ja. Ja. Das versuchen wir. Ja. Sonst ist hier auch nichts, ne? Ist hier denn irgendwas am Ende des Turms, was man einsammeln kann? Ich darf da echt nicht zu nah lang gehen. Da liegen nur Pillen. Da liegen, da liegen nur Pillen. Oh, okay. Aber da liegen tatsächlich nur Pillen. Also, somit ist der Turm hier nur optional. Dann kann das ja nur irgendwie hier an der Hütte oder hier sein, ne? Da liegen nur noch so viel, was man kann. Da liegen nur noch so viel, was man kann. Hmm. Okay. Kommen wir da oben irgendwie rein? Ne, ne? Ich glaube, ich hätte das gar nicht zerschießen müssen. Weil wir, wenn wir in der Hütte sind, wird das wahrscheinlich unser Fluchtweg sein. Ah, herrlich. Ob wir... Ob wir auf dem Seil laufen können? Ist das machbar? Bevor ich mich da jetzt noch weiter mit der Hütte beschäftige. Ne. Ne. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich habe jetzt eigentlich nur noch das einzige irgendwas hier an der Hütte, ne? Was war dir? Wir sind hier jetzt überall rumgelaufen. Wir haben hier wirklich alles einmal kurz komplett abgesucht. Ah, ich kann hier... Ah. Natürlich. Und jetzt kann ich... Und jetzt kann ich von dort aus... Okay. Zack. Zack. Und zack. Gut. Wir sind drin. Sehr schön. Oh, da hing er wieder... Da hing er wieder am Fenster. Unser Regenbogenmann. Ich hab dich genau gesehen, mein Lieber. So, Tagebuchantrag 505. Habe Kontakt zu einer Wissenschaftlerin aufgenommen, die an Agent Rainbow arbeitet. Sie sagte, sie könne... Sie könne mir Dokumente geben, die diese... Die dieses ganze Experiment aufliegen lassen könnten. Ich soll mich in Kürze mit dir treffen. Endlich werde ich Antworten bekommen. Und eine Chance, mich zu rehabilitieren. Das ist ja... Das ist ja die Frau, von der wir ja auch schon im letzten Part, im letzten Level sehr viel gelesen haben. Diese... Diese Rosemary James, glaube ich, hieß sie, ne? Rosemary James. Ähm. Und ist diese Rosemary James auch diejenige, die die ganze Zeit da als Geist erschienen ist und uns irgendwelche kryptischen Nachrichten zukommen lassen hat? Ja, natürlich. Ich hab dich wieder gesehen. Du scheiß Reinbohrmann. So. Ich hab dich genau gesehen, mein Lieber. Ich hab dich genau gesehen. Ich wette, der... Der macht hier gleich bestimmten Jumpscare. Ach, Telefon. Ich werde mich gleich wieder anrufen. Okay. Okay. Protokolleintrag 465. Endlich ein Fortschritt. Ich habe eine... Ich habe ein halbverbranntes Memo aufgenommen, in dem Contest mit einem tatsächlichen chemischen Wirkstoff in den 60er Jahren die Rede war. Da stand, wozu den Gegner bekämpfen, wenn man ihn durch Angst unterwerfen kann. Doch da stand auch, die Wirkung habe sich als zu groß erwiesen. Und die Testreihe wurde beendet. Ich schätze, man hat ihn wieder aus der Versenkung geholt. Ach, super. Notiz an mich. Diese Metallfolie ist eine Zufallsentdeckung. Ich will zwar nicht, dass irgendetwas das Signal meines Geräts blockiert, aber sie kann vielleicht verhindern, dass die Frequenz von unerwünschten Mächten geortet wird. Weitere Tests sind erforderlich. Zumindest kann ich fürs Erste mit weniger Inter... Äh... Interferenzen in der Luft schlafen. Oh, das ist eine gute Folie. Telefon... Ja, das Radio nehme ich gleich auf. Ah, hier ist es okay. Oh Gott. Akte. Persönliches Protokoll, Seite 1 von 2. Hm, Rosemary James. Seit ich die eidesstattliche Aussage einer Radiomoderatorin hörte, die Ende der 60er Jahre eine Begegnung mit Agent Rainbow überlebt hat, wusste ich, dass eine Verbindung zwischen Radiowellen und der Wirkung der Chemikalien auf das Gehirn bestehen musste. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass das Gehirn elektromagnetische Strahlung abgibt. Gehirnwellen, genau wie ein Radio. Die Frequenzen unterscheiden sich jedoch so stark, dass es niemals zu Interferenzen zwischen den beiden Wellenarten kommt. Doch bei Agent Rainbow ist das nicht länger der Fall. Oh. Geh weg da. Nicht, dass du mir wieder mein Streaming-PC ausmachst. Das hatten wir ja schon, das kennen wir ja. Um die Wirkungsweise von Agent Rainbow zu verstehen, muss man nicht nur die Chemie des Gehirns, sondern auch seine mentalen Prozesse begreifen. Nehmen wir das Jungsche Konzept des Schattens. Einfach ausgedrückt der dunkle Teil unserer Persönlichkeit, jeder unerwünschte Aspekt unseres Selbst, den wir verdrängen und unterdrücken. Agent Rainbow bringt all das ans Tageslicht und verleiht ihm Gestalt. Sich urplötzlich so etwas stellen zu müssen, ist eine zutiefst erschreckende Erfahrung, die zu beschleunigen, mentalen Verfall und oftmals sogar zum Tod führt. Das wird wahrscheinlich Seite 2 sein, oder? Ne, persönlicher Transmitter und Systemdetektor. Aktualisierungsprotokoll. Version 1.0. Erdnüsse, herzlich willkommen, hallo, hallo. Ich muss mal kurz einen Schluck aus meiner Schüssel trinken. Erdnüsse, willkommen zurück zum InSound Mind Horror. Es geht weiter, wir sind im letzten Tape. So, für Nahepunkt-Signale, die automatisch geortet und auf dem Monitor angezeigt werden, wird bei korrekter Positionierung jetzt ein Frequenzabgleich angezeigt. Version 1.1. Zur bequemeren Bedienung eine rote Aktionstaste hinzugefügt. Die muss ich jetzt nur noch drücken, wenn das Gerät korrekt positioniert und auf ein gewünschtes Signal und oder eine gewünschte Quelle ausgerichtet ist. Und schon kann ich damit interagieren. Version 1.2. Die Wellen auf dem Monitor richten sich jetzt an den Senderfrequenzen in unmittelbarer Nähe aus. Leuchtet auf. Version 2.0. Nach Installation der neuen mobilen Antenne empfängt das Gerät jetzt Frequenzen von bestimmten Sternen. Das muss ich noch genauer erkunden. Fehlerbericht. Bestimmte Metallfolien haben sich als Hemm für Empfang und Übertragung erwiesen. Empfange seltsame Stimmen nach willkürlichem Muster. Das Snake-Programm führt noch immer zum Absturz des Geräts. Ja. Ein bisschen. Das ist ein Auto-Muster. Das ist ein Auto-Muster. Lasz euch mal gucken. Was ist ein Auto-Muster? Das ist ein Auto-Muster. 学ich. boah! what the hell macht das aus? das riesige ist lucas unser richter welt ja warte mal was zum henker war das denn bitte okay interessante trinkweise ja warum extra gläser dreckig machen oder es geht doch auch so ach so ja warte machen immer gehen das ganze in okay bezwinge den blitz und ein ich ja ich ahne böses ich ahne wirklich das wird ja das wird das ding hier vorne seiner okay das hätten wir auch und dieser teddy der bringt mir irgendwann noch mal um nein warum ich sehe nichts mehr okay zum glück war da gerade kein gegner so kriegen wir das ding hier auch mit unserer frequenz aus hier ist kein signal bin ja schon weg bin ja schon weg und immer dieser teddy wie viele teddies hast du eigentlich noch sörger unsere ausdauer hat sich erhöht Reipeln Ja, nee Ich werde hier bestimmt noch mal hinkommen Die kann man craften Ja, die kann man ja Ja, aber trotzdem Das ist doch ein Epic Skill, oder? Der ist jetzt nicht so ganz günstig Das waren die, okay Dann gehen wir mal über die Brücke Ich will noch mal kurz gucken, wo wir dann dorthin kommen Ja, links oder rechts zuerst Ich glaube, der Bunker wird unser finales Ziel sein Gehe ich mal stark von aus Da ist der Funkturm Ich glaube, ich werde mal zuerst nach links gehen Es sind nur 500 Punkte Händigstens haben wir ein Checkpoint Was sind das denn für Pilze? Oh Gott, was, was denn hier jetzt? Ich bin im Krieg Das ist ein totale Krieg Oh Gott, aua Nein, feiern sie holt Au, au, au Au, au Ah, okay Und da habe ich jetzt gut leben gelassen, leider Hey, du willst mich doch verarschen hier Mein Aim ist wieder so unlauflich schlecht Auf Gottes Willen Was war das denn schon wieder? Okay, also ich muss Ich habe mich nicht erschreckt Das war War gewollt Oh, der Gerät Entfängt schwache Signale aus den Mauern des Bunkereingangs Ich habe schon vorher mit zweien davon interagieren können Aber sie scheinen sehr empfindlich zu sein Und hinter dicken Zement und Metall zu stecken Vielleicht gibt es im Moment zu viele Interferenzen Ich versuche es später nochmal Äh Oh, shit Okay Ähh äh super ok den Code den haben wir natürlich noch nicht ach das waren Stahlhelme keine Pizze ok oh ich glaub wenn der mich trifft das tut mega weh wenn er mich trifft boah das war doch bestimmt wieder ne das war alter ok da komm ich nicht weiter ja ich muss an ihm vorbei ha mancher Aua ach oh ach das das war das war das war das war ok ähm ähm muss ich ich gehe einfach mal zum Turm ich was ist das denn für ne grüne Grütze hier da hinten leuchtet was rotes da will ich hin war 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 das 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 war nicht Zentrum. Okay, wir gehen erstmal zur Hütte. Ich kann hier ja rüberspringen. Nein. Oh Gott, nein. Oh shit. Kam ich hier auf? Nein, ich komme hier nicht rauf. Ah, okay. Wegen der Pille sind wir jetzt hierher gelaufen. Habe ich mich jetzt wirklich wegen... Nein. 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 Oh Gott. Aua. Aua, bitte nicht. Okay. Sind nochmal heil rausgekommen. Äh, ich würde mich mal weiter zum Turm begeben hier. Weil irgendwie da so in die Sterne gucken, das habe ich jetzt... Das habe ich jetzt hier noch nicht so ganz mitbekommen. Das sind tatsächlich Helme. Du hast recht, Türcher. Das sind alles Mimen. Das sind alles Mimen. Oh Gott, für's Willen. Warte, wo sind wir denn jetzt? Okay. Oh Gott. Throw in Flashbang. Oh. Warum? Hier ist doch gar nichts los. Ah. Oh. Der Türregel klemmt schon wieder. Normalerweise bekomme ich ihn mit einem dieser Ersatzventile auf, die in der Wasseraufbereitungsanlage herumliegen. Aber meine Schicht ist um und das heißt nicht mehr meine Sorge, sondern dein Problem. Viel Glück, Eddie. Ah, danke Eddie. Das freut mir. Das kann ich leider nicht kann ich leider nicht ambisieren. Kann ich leider nicht ambisieren. Okay, ich kann hier auf jeden Fall da rauf sprengen. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Okay, es wird da oben sein. Au! Ah! Irgendeine Tür ist abgegangen, oder? Nee. Überhaupt nicht, solcher. Überhaupt nicht. Was ist denn da gerade aufbegangen? Ach! Okay. Dann kommt mal her, hier. Na, immerhin. Boah, ich muss mal, ich muss mal Pillen essen, Leute. Ein bisschen, ein bisschen HP wiederbekommen, ja. So 85 sollte, das sollte ganz okay sein. Erreiche die Spitze des Wasserturms. machen wir. Aber wir gucken uns hier natürlich noch mal um. Und wieder solche Spucker. Oh ne, das ist ein Bruder. Oh ne, das ist ein Bruder. Oh ne, das ist ein Bruder. Also, das ist ein Bruder. Alter, der Helder war auch etwas aus, ne? Junge, Junge, Junge. Nein! 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 Hm! Hm, ich... Aha! Oh, ihr ey! nix war schön ok aber das habe ich doch eigentlich trotzdem ganz ganz in Ordnung gelöst oder? also ich fand das war jetzt gar nicht so schlecht ähm ok wie komme ich denn jetzt da ran anscheinend gar nicht hier komme ich auch nicht rein wird hier hinter sein wird genau hier hinter sein kann ich nicht sehen kann ich leider nicht sehen kurze Leitung heute oh warum das habe ich wieder übersehen ach oh Gott oh Gott oh man oh man ja alles klar naja warum keine ahnung ichahe nichts ich kann es dir nicht sagen Sertar ich kann es dir nicht sagen oh war das schlecht du du kuckuck bin da wer noch wenn du nur etwas hättest um diesen furchtbaren geruch zu überdecken wenn sonst nichts hilft nase zu halten ja gut ich habe die jetzt mit der pille zerstört sehr dunkel aber wie gesagt ich sehe ich sehe die tür deswegen gehe ich hier einfach mal aus wirklich sehr dunkel wenn ich ein bisschen zu dunkel oder lkw hüpf ja komm nehmen wir mal die gasmaske wozu haben wir die denn abnehmen irgendwas versteckt die leute jetzt wieder der knopf so ok das hätten wir auch auf sehr schön an alle angestellten der wasseraufbereitungsanlage wir wissen ihre beständige mitarbeiter an unserer untersuchung der ursache das wasser verschmutzte und der wasserverschmutzung zu schätzen da diese untersuchung aspekte nationalen sicherheit umfasst muss ich sie darüber informieren dass jegliche enthüllung von informationen über die verschmutzung an außen stehende eine inhaftierung nach sich zieht lassen sie uns gemeinsam daran arbeiten dass miltonhaven bald wieder sauberes wasser hat billbert cib verbindungsbüro noch mal hp vom ozean vom ozean an miltonhaven erst erstens mehrwasser zufuhr mehrwasser aus der bucht von patmos erreicht unsere anlage durch ein großes unterirdisches rohr zweitens siebung in einem zweistufigen prozess wird das meerwasser von groben und feinen partikeln gesäubert drittens filterung und um umkehr osmose rals und andere verunreinigungen werden aus dem wasser entfernt viertens entsorgung der sohle das konzentrierte meerwasser wird sich wieder in die bucht wird sich wieder in die bucht vom patnos zurückgeführt fünftens süßwasserversorgung sauberes süßwasser wird zu wohnhäusern und geschäftsgebäuden geleitet ich mach mal den text aus ja ok ganz ehrlich ganz ehrlich ich habe eine kleine probe des verunreinigten das verunreinigten wasser wasser zur analyse mit nach hause genommen als das CIB es nicht mitbekommen hat was zur helle ist dieses zeug es geht wieder los es geht wieder los es darf wieder gezählt werden plugins nach nur wenigen minuten in der nähe der probe überfiel mich ein seltsames angstgefühl und mir wurde schlecht zum glück habe ich nur etwa drei tropken genommen die wirkung ist also vermutlich nicht sehr stark ich habe nicht die richtigen geräte zu hause aber eines kann ich sagen was auch immer das für eine chemikalie ist die den wasservorrat verunreinigt hat sie ist übel ich werde mir meine restlichen krankentage freinehmen bis die sache vorbei ist ich schlage vor du tust dasselbe lisa na gut drehen wir mal auf den schmerz den den achso ne ich habe das ventil bekommen natürlich das ventil das ich jetzt hier überall benutzen darf und da noch und da noch ich ahne irgendwie böses ja ich wusste es nicht ich sehe immer noch nicht tot wir halten einfach viel zu viel aus die jungs wir halten einfach viel zu viel aus ja alles klar danke danke ob ich jetzt direkt nochmal zurück gehen sollte ähm ob ich jetzt direkt nochmal zurück gehen sollte aber ich kann doch jetzt bestimmt hier rein oder ne kann ich nicht ah ich komme von dort rein ah wenig schuss wenig schuss wenig schuss und da ist wieder so ein großer ja 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 okay immerhin haben wir nur noch den großen geboren und okay da kommen wir raus aber wir müssen ja noch auf den Turm und das sieht nicht gut aus das wird dauern meine freunde das wird dauern kann ich mich da duken okay ich glaube wir sagen nichts dazu oder ja 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 macht laune ihr seid ja noch dran inwiefern so richtig geheuer ist mir das hier nicht aua oh oh komm da ich fühle mich nicht er stimmt sich ja auch was zurecht ach so schlimm ist das auch nicht so schlimm ist das auch nicht maßlos übertrieben war's denn lecker war's denn lecker oh 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 ich hab's ja auch oh ich hab's geschafft ich hab's geschafft das hat gar nicht so lange gedauert Leichi ha hat gar nicht so lange gedauert oh ähm ähm ja das war nicht gewollt und auch ich hab's ja noch und ich hab's ja auch mal das war nicht so schnell ich hab's ja noch mal ich hab's ja noch mal ich hab' ja noch mal ich hab' ja noch mal Das wird doch bestimmt wieder irgendwas mit dem Spiegel sein, oder? Na funktioniert der Buffet gar nicht mehr? Zu viel für einen Mann. Das braucht Success. Was ist das denn schon wieder von Level hier? Wir hatten einen Roboter-Kellner, aber lecker war es ja auch. Nein. Na gut. Dann nicht. Den geht es auch noch lang. Nein. Oh! Ja, ich... Achso. Ja. Masu! Jetzt nicht bekommst! Die einfachen Skills, da habt ihr keine Lust mehr drauf, oder? Kann das sein? Nur ein Skill zur Zeit zu zünden, das ist zu langweilig, oder? Der Toiletten-Schlüssel. Wer brauche ich nicht? Oha! 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 Auch da war noch irgendwas grünes. Ich brauch's nicht. Du funktionierst. Wie geht's dir, Masu? Alles in Butter. Okay. Noch ein Schlüssel. Natürlich die Frage, wie viele Schlüssel müssen wir hier insgesamt finden. Probier den anderen Weg. Boah, ist voll das Labyrinth hier. Hier ist der Ausgang. Von da komme ich. Es ist eine lockte Tür. Das funktioniert. Oh, komm. Ja, hier funktionieren ja alle nicht. Ich dachte, der alte Schlüssel würde funktionieren. Aber nicht mal der funktioniert. Geht so mehr und so. Hoffe euch geht's gut. Gesundheitlich oder... Oh, ich muss die Maus hier zu schnell. Okay, wir haben ihn gefunden. Ich glaube, dann haben wir auch alle Schlüssel, ne? Dann müssten wir alle Schlüssel haben. Das ist ein anderes Labyrinth. Ach, das ist klar. Wie der... Mein... Was ist denn das für ein Gang hier, bitte? Und jetzt ins Büro, oder was? Jawohl. Also vom Büro in die Toilette... In... In die Kanalisation... Ey, das ist doch... Wer denkt sich denn sowas aus? Gesundheitlich, mental. Ach, scheiße. Ja, dann hoffen... Dann hoffe ich mal... Dass ich dich jetzt ein wenig auf andere Gedanken bringen kann. Und dir den Abend ein bisschen versüßen kann. Wenn der Sound meint. Wahrscheinlich kann ich ihn dir sehr gut versüßen, indem du mir irgendwelche dickse... Was killst du um die Ohren haust? Und ich mir... Und ich mir hier den... Den Arsch weg verjage. Den Arsch weg verjage. Meine Güte. Boah, es ist schon spät, Leute. Es ist schon spät. Und es ist Montag. Das kommt auch noch dran. Das kommt auch noch hinzu. Ja, ich will zu den... Zu den Sternen schauen. Oh. Muss ich die Lichter auf die Sterne positionieren? Okay, ich komme auf jeden Fall nicht mehr runter. 9, Zero, 3, 1, 5, 2, 6, 8, 4, 7, 3, 3 5 2 8 4 6 5 4 7 3 1 2 3 4 5 6 7 9 0 8 0 1 2 3 4 5 1 5 ok genau fall die leiter mal runter hier ok der turm ist erledigt aber ich glaube da hinten kamen wir ja noch weiter haben wir da hinten nicht noch weiter also klar ich könnte hier jetzt wieder zurück gehen oder gucken was da hinten noch so gibt ich gucke mal was hier hinten noch so gibt weil hier ging es ja hier ging es ja auch noch mal weiter weil ich vermute hier nämlich eine sackgasse ja ohne items hat doch ok jeder tunnel blockiert jede straße gesperrt jeder ausgang nicht existent langsam glaube ich das ist eine art metapher ok war ja doch ganz gut dass wir hier zuerst hingegangen sind nur einmal um zu schnuppern und ich weiß noch wir haben dort diesen einen schuppen den wir den wir öffnen können ja ich weiß immer noch nicht wie ich hier an diese dinge rankommen aber ist ok wir lassen das einfach mal so kann ich da eine leuchtpistole vielleicht reinschießen also hier oben rein ja natürlich naja immerhin wir haben wieder gut schrot money das freut mich dann gehen wir mal zum schuppen der war doch hier gleich um die ecke oder nicht ja davon ist er ne der war es nicht der ja ich er 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 ok ok das haben wir hier alles erkundet und und diesen bereich den haben wir komplett erkundet das heißt wir können jetzt hier runter und da ist dann auch der nächste turm ne ja das ist der da oben perfekt ich freu mich so machen wir mal auf machen wir mal er hat gespeichert aber nein nein dies war nicht und hier hätte bestimmt der typ wieder angerufen ich hätte bestimmt der typ wieder angerufen hier hätte bestimmt in der telefonzelle bestimmt der typ wieder angerufen Aua Ach so, ich springe Natürlich Gleichi Nicht cool Ob ich da irgendwas machen kann? Oh, der ist gleich hier vorne Oh Throw in flashbang Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich seh nichts, wo laufe ich hin? Woah, boah, boah Das war knapp Eine Fahrkarte Aber ich kann den doch auch schaden, oder? Ich kann den doch auch Caputana machen Okay Nein, kann ich nicht Die Brücke ist kaputt Liebe, liebe Leute Was ist denn jetzt mit dem? Also ich meine Wir gehen ja gleich in die Seilbar Ich denke, wir werden uns doch da runterschießen Okay, das scheint einiges aufzuhalten Ich warte nochmal, bis er geschossen hat Oh Oh Ich bin gerade Okay, ich bin sicher 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 ich hab nichts womit ich ihn treffen könnte kann leider nicht treffen der hat mich steht nicht direkt ab Oh How many can gates zu viel für einen Mann nochmal nein auch nicht gut 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 Sollte Oscar Mike Ours Oh, ich sehe ihn Oh, ich bin Oh, ich bin Oh, ich bin Oh 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 haua haua ach nein ich stieg ja in der dritte oh Gott Ah, da sind die Dinger, die ich da... Okay... Aber ich komm hier nicht weiter, ne? Ne. Ich muss hier weiterlaufen. Kein Telefon? Der lässt nach, der Rainbowman. Ah, okay, ich brauch nen Schlüssel. Nein, ich komm hier nicht rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin aus dem Ammo. Oh. Okay, ich komm hier aber... nicht rein. Ah, dann gehts hier weiter. Okay. Gabs hier noch irgendwo Pillen oder so? Ich muss mal kurz nach Pillen gucken. Ja. Okay. Die ist gut. Das ist echt so ein Krieg der Welten Verschnitt hier. Ich bleib mal, ich bleib mal an der Hütte im Wald. Und natürlich gucken wir hier auch noch einmal rum. Ja. Schauen sie mal an. Da haben wir wieder neue Teile gefunden. Ah, komm ich auch nicht rein. So. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Ah. Da, wo wir letztes Mal nicht reinkamen. Am Ende stellt sich heraus, dass das Ganze nur die Halluzination von einem Pillen Shanty auf der Suche nach Stopp waren. Ja. Ja, das wärs. Das wärs. Das wärs. Da steht ein Ban, ich habe ihn gesehen. Aber... Na gut. Ich glaube mehr finden wir hier gerade auch nicht. Ich weiß auch nicht, wir schlucken hier auch die Pillen ohne Ende, um HP wieder zu bekommen. Ob das so gesund ist? Ich weiß ja nicht. Dann liegen 5 HP am Reifen. Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt essen. Ice Cream. Okay. Oh, hier sind wieder Helme. So, den Schlüssel, den haben wir nicht. Das ist keine Übung. Der Schlüssel befindet sich hier im Inneren. Die Helme waren hier eben nicht. Da hängen die Schlüssel. Am Fenster. Ist jetzt hier auch... Ja... Ach komm. Und was ist wieder dieser Bass. Dieser Bass-Sound. Ganz widerlich. Ganz widerlich auf den Ohren. Oh, hier passiert doch irgendwas. Oh, ich werde mich gleich zur Trude erschrecken. Allein die ganzen Luftballons hier und so. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott, es geht wieder los. Komm ich hier? Komm ich hier? Komm ich hier durch? Nein. Muss ich... Muss ich jetzt wirklich einmal... Weil ich muss bestimmt wieder raus, oder? Okay. Ich gehe... Ich gehe wieder raus. Oh. 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 Oh Scheiße. Ich kann die Ballenten... Oh, hier sind überall Schatten auf den Dächern und so. Hier sind überall Schatten. Was? Was übersehe ich hier? Oh, hier sind überall die Geister. Aha. Okay, nett. Wire, wire, wire. Ah. Ah, scheiter. Wo ist das Kabel? Oh. Oh. Nein. Ja, okay. Ah. Okay, ich habe alle, ne? Warte mal. Oh. 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 Ja, nein. Oh, shit. Ich verriekje leid. Dieser Teddy. Oh, nein. Shit. Das wollte ich nicht. Ja, 93. 93 ist okay. Boah, Mann, 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 Mann. Oh, warum denn jetzt? Hier ist doch gar nichts los. Oh. Der Krieg ist vorbei. Direkt den ersten. Kann ich das jetzt öffnen hier? Ah. Okay. Okay. Dann werde ich den Schlüssel wahrscheinlich da oben finden, oder? Wofür ist denn jetzt der Schlüssel B gedacht? E. Okay. Ah. Okay, den Schlüssel haben wir denn ja schon mal. Ist schön dunkel. Ja. Ja. Elysium State Park, Brandwächter an Buch. Doch. Kenne die Beschaffenheit des Geländes. Um ihren Pflichten nach besten Kräften nachkommen zu können, müssen sie in der Lage sein, die lokalen Orte von Interesse korrekt identifizieren zu können. Fort Sonder. Eine stillgelegte Anlage der US Army. Der Stützpunkt wurde während des Kalten Krieges erbaut und verfügt über einen unterirdischen Bunker sowie einen Radar-Turm. Wasseraufbereitungsanlage, Meerwasserentsalzungsanlage und größter Wasserversorger von Milton Haven. Kirche und Friedhof, Augen der Gesegneten. Auf dem Gelände der Ende des 18. Jahrhunderts erbauten Kirche befinden sich auch eine in den Berg hineingeschlagene historische Gruft. Funkturm. Der ursprünglich für die Nutzung durch Fort Sonder erbaute Funkturm wird inzwischen von zivilen Radiosendern in Milton Haven benutzt. Seilbahnstation befördert jährlich hunderttausende Besucher zur Aussichtsplattform und zum Besuchercenter des Elysium State Parks. Tipp. Es gibt vor Ort auch ein hervorragendes Lokal. Ja, in den meisten Dingern waren wir ja bereits schon. Okay, das hätten wir durch. Das haben wir durch. Das haben wir alles durch. Das heißt, als nächstes kommt die Kirche und der Friedhof. Hm, schön. Ich freue mich. Oh, das wird klasse werden. Das wird garantiert klasse werden mit dem Friedhof. Ach, wir haben hier wieder so einen Ausguck. Radarstation. Was am Sp... An der Spitze der Kirche. Äh. Wo sind denn die Sterne? Ich muss doch hier irgendwie Richtung Himmel gucken. Ach da! 5... 6... 2... 9... 7... 0... 4... 3... 8... 1... 0... 1... 3... 8... 4... 7... 9... 2... 1... 0... 1... 3... 8... 4... 7... 9... 2... 1... 0... 1... 3... 0, 1, 2 Okay Was ist das? Wo fliegt das Teil hin? Radar-Station, oder? Wo fliegt denn das hin? Okay Ob ich da hingehen sollte? Warte mal Da war doch gerade irgendwas Ja, da oben Ah, HP Wo sind die Radar-Radar-Stationen? Die ist hier Müsste ich hier auf dem Bunker sein, ne? Das Radar Müsste das ja irgendwo hier so runtergekommen sein Also da, wo wir jetzt auch hin müssen Ja Kommt, glaube ich hin Mit Elend Starlink Satelliten Boah, die sind arschteuer, die Dinger Die sind arschteuer Ich glaube Wie viel ist das? 702 Euro Für die Anschaffung Also für die Geräte Und dann nochmal pro Monat Ca. 100 Euro Ich glaube irgendwie 96 Euro Für das Basispaket Und für das Mobilpaket 124 Euro pro Monat Irgendwie so war das doch, ne? Auf jeden Fall arschteuer Okay Hier sind wieder die Helme Die Pilze Meine Pilze Oh ja Dann komme ich ja direkt dahin Plus ca. 30 Euro Strom im Monat Ja gut Der Stromverbrauch ist ja tatsächlich sehr, sehr gering, ne? Von den Satelliten Ich glaube Ich glaube 40, 40 Watt Ich glaube mehr Stromverbrauch haben die Dinger nicht Okay, hier ist der Bunker Ich gucke erstmal, was, was hier abgeht Ob wir hier noch irgendwas einsammeln können Nein, können wir nicht Also wir haben jetzt auf jeden Fall die 7 und die 5 Oh nein Kann nicht mehr laufen Scheiße Ich krieg das an seinem Bein, ich erwisch Naja egal Ich gehe Ich hau ab Wo gehen wir zuerst Und ich gehe gerade auch weiter Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne Ich laufe hier einfach Aber ich habe eigentlich keinen Plan, wo ich bin, ne? Okay, ich glaube das war eine falsche So, lesen wir erstmal du mit dich Äh, du willst es doch nicht Du willst es auch scheiße Das passiert gar nicht Ich dachte das passiert das Spiel Warum stehen hier Puppen Und ich kann die nicht Ich konnte die nicht glitzdenken Keine Ahnung Ich sehe immer nur die TikToks davon Äh, ich sehe immer nur die TikToks davon Äh, wie die An so einer Schnur über den Himmel fliegen Ja Die Schüssel ist 24-7 mit 160 bis 50 Watt am Netz Die neueste braucht weniger Sonst im Schnitt dauerhaft 100 Watt Im Schnitt dauerhaft 100 Watt Ich dachte die würde tatsächlich Ähm, im, im, im Betrieb selber die ganze Zeit nur 40 Watt haben Ich meine, ich meine bei Alexi Beksi hatte ich gesehen Ähm, der hatte, der hatte die mobile Version getestet Und die mobile Version hatte, ähm, unter Volllast Unter Volllast 40 Watt gezogen Deswegen dann die 160 Watt oder 100 Watt im Schnitt Das werden dann die Basics sein Also die Vorgängerschüssel Jaja, also das ist tatsächlich die neueste Die er da getestet hat Die extra für die, äh, Mobilität ist Also die kannst du dir auf dein Wohnmobil Auf dein Wohnmobil schnallen Und selbst wenn du da mit, mit über 50 kmh Ähm, über die Straße fährst Hast du trotzdem Kompletten, kompletten Empfang Äh, ein bisschen Stacheldraht hat noch niemanden geschadet Doch, eigentlich schon Ja, was soll ich machen? Ihr trifft mich hier halt echt häufig, ne? Ja, ich kann mir das jetzt nicht gerade gut anhören Ja, ich kann mir das jetzt nicht gerade gut anhören Ja, es tut mir leid, Leute Aber sonst sterbe ich Das macht mich jetzt schon fertig, ja Ja, lass mich rauf hier Ja, das ist doch Ich bin mit einer der ganzen Herbesidee, aber es war so, dass es etwas viel mehr... ...mine blöde. Mit einem Sturm von Böden über meine Hände, ich beobacht habe und beobacht habe in der Luftwaffe. Wir haben schnell gehört, ein Low-Flying-Jet über uns, und dann fühlten wir etwas in der Luft. Ich dachte... Oh Gott sei Dank. Ich glaube das muss der, der, äh, kriegter Weltentyp hier irgendwie zerschießen, oder? Ach, Kurzpause. Äh, das ist die neueste dann. 100, 100 Euro Grundgleich plus 50 Euro Mobil plus 30 Euro Strom. Netter Monatspreis und das sind ja gerade mal ca. 4200 bis 4500 Satelliten. Oben von denen 45.000 und die mobile funktioniert auch nur, wenn eine Bodenstation in der Nähe ist. Gibt es eine Karte, sehr wenig Gebiet bis jetzt. Ah, okay. Ja, so weit hatte ich mich damit noch nicht beschäftigt. Ich hatte bisher nur das, äh, nur das Video halt gesehen von, von Alexi Bexi, wie er halt die mobile Vision da getestet hat. Oh, er kommt zurück. Ah, schnell, 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 schnell. Bevor er wieder da ist, da vorne habe ich nochmal so ein Ding gesehen. Wie er so ein... Och, mein Nase. Aber generell ist das auf jeden Fall schon mal, schon mal ein genialer, ein genialer Anfang. Also, ich meine, während der Fahrt, während der Bewegung sich halt die ganze Zeit hier, ähm, Internet zu ziehen, das ist schon, das ist schon eine Ione. Das ist schon ziemlich genial. Welche Brücke ist denn das hier? Ah, da gehen wir wieder zurück. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal zum Friedhof, oder? Auge der gesegneten Kirche. Okay, dann kommen wir hier auf den Friedhof. Ja. Ja. Der mal los, ab auf den Friedhof. Ich hab Lust. Oh, mein Funkgerät spielt verrückt. Oh. Oh nein, es geht wieder los. Oh, Gottes Willen. Ja, natürlich. Ah. Alter. Bissar, ey. Lauf, was fallen lassen, ey. Oh nein, Große. Warum? Ja, kommt her, hier. Kommt her, hier. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, lad erst mal nach. Kommt her, kommt her, kommt her. Oh. Oh, shit. Oh. Oh, BTF, was ist da in dem? Oh, da, das ist da. Guck mal, wir. Oh, shit. Was? Ähm, ich glaub, ich sollte mal wieder ein paar Pillen fressen, oder? Oh, auf Gottes Willen. Oh, die Krähen da oben. Oh, was geht denn hier jetzt ab in diesem Spiel? Es ist ja, das wird ja immer fliegiger. Oh, was geht denn hier? Ei, ei, ei. Okay, da ist der Friedhof. Was war denn das gerade für eine Nummer? Mit der Atombombe. Guck mal auf, Masu. In, 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 in Wirklichkeit existiert, existiert die Stadt tatsächlich nicht mehr. War die, war die wirklich hier mit einer Atombombe irgendwie hochgejagt wurde? Vom Militär, oder so. Okay, gehen wir mal in die Kirche. Oh, Schrotmuni. Oh, natürlich. Auge der gesegneten Kirche. Ach, vom Fall. Ich hab' den Betroffenen im Radio. Nukula. Hä? Muss ich hier jetzt, muss ich hier jetzt Ketzen und zünden, oder? Oder, oder was? Boah, das war, das war am Anschluss. Habt ihr das gesehen? Ich verbrauche die mal kurz ein bisschen hier. Ich würd nämlich gerne wissen, was hier so los ist. Vier, vier Teile, okay. Erstes. Das lesen wir gleich. Weil ich hier in der Mitte sonst noch irgendwo sind. Oh Gott, diese Stimmen. Ich bin weg. Tschüss. Ich lese mal kurz, was hier abgeht. Peter Trill ist so faul. Jede Wette, dieses Jahr versteckt er alle Hilfsmittel für den Unterricht wieder, äh, wieder wie immer. An den dunkelsten Stellen. Richtet deinem kleinen Bruder bitte aus. Wenn er, wenn er dieses Jahr wieder die Schatzsuche gewinnt, tritt, äh, tritt ihm meine Schwester in den Hintern. Ich habe gehört, wie sie beim Duschen ihre Siegesrede geübt hat. Sie glaubt fest daran. Oh. Oh. ok ich habe es eingesammelt warum warum bewegt sich warum bewegt sich der so junge ich stehe auch mit der pille kaputt so viele schatten sind eindeutig zu viele schatten und die verfolgen mich auch noch ok ok klar wir haben nur zwei ist echt uncool dass ihr mich hier verfolgt wisst ihr das eigentlich ich habe keine ich habe keine leuchten mehr was machen wir denn jetzt so 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 Schau mal an, hier bitte. Ach du Heiliger. Jetzt war die dritte. Warte mal. Ach doch jetzt, okay. War der eben kurz weg? Oh, ich muss hier kurz durch, danke. Ist das eine bestimmte Reihenfolge? Oh, come on. Ähm. Leerplan für diese Woche. Peter, Peter Krill. Oh, warte mal. Ich muss mal kurz die Taschenlampe ausmachen, sonst gehen mir die Batterien aus. Okay. 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 So, Leerplan für diese Woche. Peter Krill. Der historische Bezug zwischen griechischer Mythologie, Astrologie und modernen jüdisch-christlichen Praktiken und Glaubensrichtungen für alle Altersgruppen. Schwerpunkte. Antikes Griechenland. Mythen und Moralvorstellungen. Was können wir aus den Geschichten von Medusa, Icarus, dem Minotaurus und den Zykloten lernen? Einschließlich einer lustigen Medaillon-Schatzsuche für Kinder. Rundgang durch den Turm. Medaillons zur Freischaltung erforderlich. Sind Sterne, Löcher am Himmelsboden? Abstinenz. Liebe den Herrn mehr als ich selbst. Boah, diese Schatten, ne? Meine Güte. Die, die gehen ein Jahr richtig auf den Sack. So, was hätten wir denn? Wir hätten zuerst Medusa. Ich nehme die erstmal wieder alle raus hier. So, wir haben zuerst Medusa. Dann haben wir Icarus. Warten den Minotauren. Ach, jetzt seid ihr auf einmal ruhig. Boah. Diese Geräuschkulisse in diesem Spiel, die macht einen wirklich wahnsinnig. Die ist einfach auch unglaublich gut gemacht. Wenn man bedenkt, dass es halt so ein YouTuber war. Ach nee, der YouTuber hat glaube ich nur die Songs geschrieben und so. Der war jetzt nicht explizit für die Soundeffekte verantwortlich. Aha. Oh, lord. Oh, lord. Ach. Achso. Natürlich. Bringen wir einfach mal aus dem Fenster. Und ich wette, ich muss jetzt über den Friedhof, oder? Weil ich muss ja zu diesem Turm hier. Und wir überhaupt hier links, ja, ne? Ich möchte hier jetzt auch nicht unbedingt... So. Es regnet. Huh. Erstmal den Heuhaufen suchen, ja. Erstmal den Ezio machen. Okay, da brauchen wir Leuchtmunition. Ach, warte. War ich hier nicht noch? Hä? Ach, sehr schön, Leuchtmonie. Hab's ja alles so... Ach, hier haben wir noch. Die Pillen brauchen wir anscheinend nicht. Wir sind komplett gestopft mit Pillen. Die sieht ja auch ganz komisch aus, ne? Das Spiel wird immer fliegt, ja. Also, dafür, dafür habe ich jetzt... Äh... 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 Ach, ich hätte einfach nur... Oh, Reak. Kriege ich nochmal Munition da unten raus? Wird gerne nochmal... Ist da noch Muni? Oh ja. Oh, sehr schön. Oh, das freut mich. Aber ich bin nicht komplett umsonst verschwendet. Aber ich hätte da wieder... Ziemlich. Mann, die hat eine ganz komische Frisur. Die hat da auch einen ganz komischen Kopf irgendwie. Das ist... Ernsthaft? Und du hast hier nichts? Okay, ich mag das Funkgerät. Aber wer ist sie die ganze Zeit, die uns hier hilft? Wer ist das? Ist das vielleicht auch die... Nee, die Katze wird es nicht sein. Sonst kann sie sich ja bestimmt daran erinnern, was sie hier mit uns macht. Also... Kollektiven bewucht sein. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Was ist das? Ach, ich bin hier die ganze Zeit im Wasser. Äh, nee, mit Rainbow ist, äh, ein Typ gemeint. Ähm, ein Regierungsbeamter. Nee, warte, ein, ein, ein... Ja, ich weiß nicht, gehört er jetzt zur Regierung? Der gehört wahrscheinlich jetzt zur Regierung, ne? Er wurde auf jeden Fall im, im Labor gezüchtet und hergestellt. Und, äh, und ist, glaube ich, jetzt auch ein Regierungsbeamter. Oh, da setzt sich dort die Gasmaske auf. Da verschwende ich gar nicht... Verschwende ich gar nicht erst die Pillen? Mit der Gasmaske geht das ja auch alles super. Er, er, er ist der Rainbowman hier. Das war der Rainbowman im Marsen. Also, glaube ich, gehe ich mal von aus. Aber das wird hier... Er will uns hier die ganze Zeit töten. Er macht hier die ganze Zeit die Anrufe. Ähm, macht hier Telefon-Terror mit uns. Das war's. Geh mir! Delicious. Man, man, man. Jaaa! Neun Stück! Ist er? Gott ist will! Also man kann's doch rüber treiben, oder? Boah! Achso! Danke! Oh! Ich sag doch, wer ist das, die uns hier hilft? Aber ich danke dir auf jeden Fall vom Herzen, dass ich hier die neuen Sicherungen nicht finden muss. Okay. Okay, wir sind wieder draußen. Kontrollpunkt. Es wurde gespeichert. Oh, wir sind am Turm! Unser letzter Turm und dann können wir in den Bunker. Bunker Ahoi! Warte, wir machen erst mal, erst mal das hier auf. Oh, hier lag irgendwas. Oh, wir haben gar keine mehr. Ah! Oh, wir sind sehr gross. Oh, wir haben jetzt hier noch eine Übermerchtung. Wir können auch noch wir schauen, wir versuchen zu Hause. Oh, wir müssen leider noch mal mehr, das ist die Sharma. Boom, wir sind im Raum. Oh, ich muss jetzt nicht im Raum! Oh, ich muss noch! Oh, man! Oh, das ist immer noch mal. Oh! Und wo kommt denn das Signal her? Ah, nach oben, wo das Rot leuchtet. Ah, die Lichter, die mögt ihr. Ich glaube, ich sollte da rausgehen, ja. Also kann das tatsächlich sein, dass das die Katze ist? Aber wenn das tatsächlich die Katze ist, dann hätte sie uns ja schon viel mehr helfen können, oder? You're not all there today, are you? You've been staring out the window a lot. Yes, I apologize. It's about that cat of yours, Tanya, right? It's about that cat of yours, Tanya, right? Tanya, right? I'm sorry. Hello? Can you hear me? My name is Rosemary James. It says Rosemary James. I need your help. Hey. Lucas, is everything alright? Oh, Masu, vielen Dank, vielen Dank. Das ist die Rosemary James, die uns hier hilft. Okay. Warte mal, bevor wir das Ganze hier lösen, nehme ich, glaube ich, nochmal. Zumindest das am Ende, wo kam keine Zeit für das Ganze, da sah der Schatt nach der Katze aus. Okay. Also wie, okay. Aber eben gerade hieß es, glaube ich, dass der Geist hier, der mich jede ganze Zeit hilft, die Rosemary James ist, oder? Das habe ich gerade richtig mitbekommen, oder? So. Das ist ein netter, ein netter Film. Ein kurzer Film. Boah. Ich muss schon, ich muss schon teilweise Tetris spielen in meiner Minibar. Das ist zu voll. Okay, war so, vielen Dank. Ja, auf ein gutes Ende, würde ich mal sagen. Hoffen wir mal. Ich glaube, ich glaube, so langsam kommen wir ja dem Ende entgegen. Auf euch. Das wird diese Rosemary sein. Wieso sollte die Katze auch auf einmal menschliche Gestalt haben? Aber bei dem Spiel ist ja alles möglich. Ja, das stimmt. Allerdings ist ja auch die Frage, sie war ja auch nie, nie wirklich hier in den Tonbändern dabei. So, sie hat uns ja auch immer viel Erfolg, viel Glück und alles mögliche gewünscht und sie selber war ja eigentlich nie dabei. Habt ihr gehört, sie haben es selbst gesaufen, dann wird wieder auf Platz, dann war es ja... 0, 1, 7, 9, 6, 3, 2, 0, 1, 2, 3, 5, 9, 8, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 6. Ah, shit. Wo war die 5? Hahaha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 0, 7, 5. Oh. Habe ich sie zur Ruhe gebettet? Glaube ja, oder? Wo ist der Bunker? Der Bunker ist da. Oh, das wird noch ein schwieriger Weg werden, glaube ich. Ich glaube, das wird noch ein schwieriger Weg werden. 5, 0, 7, 5. Na gut. Gehen wir mal runter. Da bin ich mal gespannt auf 4. Natürlich. Ja. Oh Gott. Ich habe dich ausgetrickst, mein Lieber. Nein. Bitte nicht. Oh, hier komme ich nicht weiter. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaube. Oh, hier haben wir sowas. Oh, hier. Oh. Ich bin zurück auf dem Baum und mein Schaue war... ...Wiehler. Entschuldigung. Bonn ist noch eine Station. Ich bin zurück. Wie erwartet sie mich, was da hinten passiert? Ich sah, was ich sah. Wer könnte mit diesen Sachen kommen? Ich weiß, dass ich das Gesicht auf deinem Gesicht sehen kann, aber... ...let me finish. Okay. Dann hätten wir... ...wir das auch noch. Um mich da rum? Natürlich nicht. Ich muss außen rum gehen. Nein, dann laufe ich dem Krieg der Weltenvieh wieder voll in die Arme. Mit 93 HP. Das müsste sich aber ausgehen. 5075 war das, ne? 5075, ja. So, wo bist du? Ja, da kommt das Vieh auch schon. Ich warte mal, bis das hier vorbeigeschlendert ist. Ja, reiß mal ein paar Bäume um. Okay. Das ist... ...verdammt nochmal gut. Das ist richtig gut. Jawohl. Wir haben es geschafft. So. 5075. So, das ist ja die Überzeugung. So, das ist ja die Überzeugung. Oh, mach je. Ich kann das nicht. Nee. Das war das nicht. Ich kann das nicht. Wir müssen die Überzeugung. Die Überzeugung kann das nicht nehmen. Okay... Was. Ich will dasen, ich möchte nicht haben. Okay, du kannst es nicht gehen. Oh, mach dir... Kommt der jetzt hier rein oder was? Nee, okay. Ich dachte, der kommt hier rein. Gott sei Dank. Okay. Wir brauchen wieder Strom. Okay, ist jede Tür einzeln, ja? Looks like some sort of a power unit. Oh, das Vieh kommt hier doch bestimmt noch mal rein. Oh. So viel Gewitter. Oh. Okay. Okay. Das ist genug, dass jemand aus der Minden ist. Hmm. Ich glaube, dass Agent Rainbow ein Net-Positiv sein wird, obwohl die Veränderungen. Ich muss es. Besonders nach dem, was mit dem Schiff-Krash passiert. Hmm. Okay. Oh, sorry. Ich hoffe, ihr hattet das schon alle gelesen. Aber ich denke mal ja. Natürlich, es waren wieder irgendwelche Experimente für eine Kriegswaffe. Also, Mr. Rainbow. Unser Mr. Rainbow hier ist seine absolute Kriegswaffe. Was natürlich wieder schief gelaufen ist. Namm. 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 Ja, sehr gut. Since we've been confined to this bunker as a safety measure, there's not much else we can do but continue our research. Rely. I've been hearing voices. On the radio. Are they supportless people who've been detected by Agent Rainbow? Okay. Interessant. 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 Und da waren wir schon? Hier waren wir noch nicht. Ah, sind wir voll? Sind wir da tatsächlich voll? Da sind wir tatsächlich voll? Meine. Meine Güte. Uhhh. Ehhhh. Ach, aufmachen. Ich bin jetzt mal da. Oh, der Rad muss das Ont�� aufmachen. Ach Gott. Unspotenzial ist mit seiner Verbindung mit dem Unconscious-Kollektiv, dieses Art von Metaphysik-Repository von Wissen und Erfahrung, accumuliert durch Generationen von Existenz, und inhaltiert durch alle Menschen auf der Bühne. Denken Sie es. Wie wissen die Babys bereits, wie sie sich in der Bühne unter der Wasser halten? Warum haben so viele Menschen eine innere Gefahr von Snakes? Das ist dank der Unconscious-Kollektiv, die wir alle verbunden sind durch unseren Unconscious-Kollektiv. Bis jetzt war diese Verbindung einseitig, aber Agent Rainbow ändert alles. Das klingt überhaupt nicht gut mit seinem kollektiven Bewusstsein, und dass er da jetzt auch noch so viele auf einmal anscheinend hat. Rosemary, das kann nicht dein Ernst sein. Das ist deine... Das ist deine Glanzleistung. Unsere Glanzleistung. Unsere Arbeit mit Agent Rainbow könnte den Verlauf der Menschheitsgeschichte ändern. Und du willst das verheimlichen? Wenn du deine eigene Karriere sabotieren willst. Nur zu. Aber du wirst uns nicht mit dir zu Fall bringen. Ash Holm. Attention all staff. I'm invoking a strict no-talk policy regarding any and all information related to our recent discoveries. Until we fully comprehend the extent of Agent Rainbow's influence on the human mind and its implications, releasing such information for formal review is completely irresponsible. Not all staff. RJ. So. Da bin ich wieder. Eine andere Theorie ist ja auch, dass wir selber vielleicht ein Versuchsobjekt sind. Und dass dieser Agent Rainbow in unserem Bewusstsein ist. Und versucht halt jetzt die Kontrolle zu übernehmen und uns deswegen töten möchte, um irgendwie unserem Geist zu entfliehen oder so. Ach, wer weiß das schon bei diesem Spiel. Bei diesem Spiel ist alles möglich. Die sind komplett voll. Hä? Hm. Wir. Ja. Das werden denn wir gewesen sein. Okay, das mache ich gleich erst auf. Oh Gott. Oh. Wie. Warte. Oh. 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 tauschen ich wünsche euch eine gute nacht und bis bald folge auch die eine wunderschöne nacht wohl sehr gute idee ich nehme das in den stream verbesserung mit auch wer danke okay nein ich werde mir kein tang auf den kopf ziehen hundertprozentig nicht aber folge vielen dank dass du da warst eine wunderschöne nacht wohl wünsche ich dir so wie schön war es aber ich muss in den sagen doch hentai kamen kostet go 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 nach die folge und leichte ja gleich dir dann auch eine wunder eine wunderwundervolle nacht wohl schön dass du so lange durchgehalten hast aber wir werden hier glaube ich denke ich mal auch demnächst durch sein ich glaube so lange sollte es nicht mehr gehen ok central intelligence bureau hauptquartier des oberbefehlshaber washington dc 25324 geheim von oberbefehlshaber united state air force an colonel adam klink stützpunktkommandant fort sonder betrefft änderung an der gebrauchsanweisung des flugabwehr radars erstens aufgrund wiederholter mechanischer fehlfunktion des kontrollsystems des flugabwehr radars bei schlecht wetter verhältnissen wurde folgendes protokoll eingeführt im falle einer fehlfunktion das gerät aus und wieder einschalten b manuelles steuerungssystem des radars in unmittelbarer nähe der schüssel mithilfe eines standard funkgeräts einschalten unmittelbarer nähe der schüssel ok moment dc mit dem funkgerät die drehscheiben des radars anvisieren um die um die schüssel zu bewegen die den roten feuerknopf auf der dafür vorgesehenen konsole betätigen sobald das ziel anvisiert ist vorgang bei jedem bei jedem neuen ziel wiederholen zweitens es ist unbedingt darauf zu achten die radarschlüssel nicht auf funktürme oder andere große funkanlagen in der nähe zu richten die kolle die kollidierenden funksignale zu elektromagnetischen interferenzen und schäden an der ausrüstung führen können ja ok danke meine güte die anweisung das merke ich mir doch nie eine pille sehr schön das brauchen wir nicht wochen wir auch nicht dieses punktgeräusch an alle mitarbeiter aufgrund eines eindeutigen verstoßes gegen unsere informationssicherheitsrichtlinien ist rosemary james nicht länger projektmanagerin von meyer ab sofort ist mr ashholm ihr direkter ansprechpartner erfolg und sicherheit dieser forschung hängen von ihrer diskretion ab wir werden bald wissen mit wem rosemary gesprochen hat bill bird ok rosemary wird wahrscheinlich mit diesem hier sexen oder wie heißt gesprochen haben jacob 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 jackson jacob jetzt bin ich mal gespannt ob wir das glaube ich das alles so hinbekommen wie das so auf dem zettel stand doch gerade ist das dunkel zwischenspeicher ein kontrollpunkt das werden wir hier auf jeden fall wieder anfangen als als wir sterben sollten ok da geht es aufs dach ich werde hier aber trotzdem noch einmal rum gucken ganz viele pillen ich bin ich bin überall voll oder ich bin komplett gestoppt liebe leute ich bin komplett gestoppt mir noch mal durch ja das sieht gut aus aber nicht voll die ist voll die ist voll die pillen sind voll die schroth ist nicht ganz voll die schroth ist nicht ganz voll ok wo muss ich das denn ausrichten hier wo muss ich wo muss ich das ganze denn ausrichten hier da ach gott ich bin falsch ja 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 wenn ich auf den schnipp hier drücken Hoppla, wie dreh ich denn das Ganze? Warte mal, warte mal, wie kann ich das denn weiter drehen? Oh, ich würde das gerne weiter drehen, oh, ich kapiere das nicht so richtig. Shit, ah, okay, ich kann das auch schießen, ah, ich kann damit auch schießen, wenn sich das dreht, okay. Ich muss die Tür mal ausschalten, warte, ah, ich dachte ich muss ihn treffen, also ihn hier, dreh dich, dreh dich, nein, er dreht sich nicht, na, jetzt dreht sich das wieder zurück, ich frag mich echt, wo hier diese, diese Dinger sind, womit ich, womit ich interagieren kann, aber das, das sieht man hier gar nicht. Den Turm hab ich. Oh nein, nicht doch. Oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Oh nein, was ist denn jetzt wieder los? Oh, das ist nicht gut hier zu stehen. Haha, ich will nicht nutzen, ich will nicht nutzen, ich will nicht benutzen. Oh Gott, ich will nicht benutzen, Gott. Ich werde mir wirklich nehmen, wenn du los bist, willst du nicht her? Ich bin πολier, das ist nicht die. Du wirst du nicht in der Tür. ich hab hier gerade doch schon wieder ich hab hier ja ich glaube nicht, das ist nicht du, das ist eine Verbreitung, eine Schmerz oh shit okay ich hab das langsam raus ja ja wie lange wie oft müssen wir das denn noch machen oh gott ok das war oh das war ja böse das war ja gemein ja 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 wir haben ihn um ok 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 aber ich glaube wir haben hier so ziemlich alles gelootet fast ok ok wo müssen wir denn jetzt hin warte warte ah den sternen ok 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 ist vorüber jetzt wird eigentlich nur noch der riebenbogen mann ich frage mich echt wie lange das hier noch geht ok wo ich hier fast wieder eine stunde eine stunde haben wir ja noch so aber sollte glaube ich das sollte glaube ich bald zu ende sein also jetzt haben wir ja nicht mehr das kann masu das kann sehr gut sein ja was denn ja auch meine theorie unterstützt dass der regenbogen mann halb in uns ist dass wir halt das versuchsobjekt waren also all right all there today are you staring out the window a lot yes i apologize it's bad that cat yours tanya right i'm sorry lukas is everything all right okay also soja tonja ist unsere katze und das war auch vorher schon unsere katze nur jetzt kann sie reden aber ganz am anfang ganz ganz am anfang von dem spiel hier im intro hat der regenbogen mann gesagt dass die katze umgebracht wurde man weiß jetzt aber nicht wer die katze umgebracht hat aber anscheinend hier ich dachte ich habe etwas gehört ich dachte ich habe etwas gehört ich habe das nicht gehört du hast das nicht gehört eine wunderschöne nein interessant ich war zu sagen ich war zu sagen sorry für deine lösung sie war sehr schrecklich ich sah dich bei der alten Kirche ich war nicht nichts zu sagen aber was hat sie bekommen die curiosität ja das ja ja ganze tumble run hier ja gibt es noch eine kassette oder was was das jetzt da vorne ist nämlich schon die tür scheint scheint gewesen zu sein okay dann mal wieder ab ins apartment mal sehen was die katze jetzt sagen wird unsere tonja hallo kätzchen so 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 connected is it sadly yes had i listen to lucas sooner maybe i wouldn't be in this mess well you listen to him now and he listened back i know i never thought something like that was possible i hope i'm not hallucinating that lucas is actually coming ancient rainbow makes a lot of things possible a lot of things possible probably now who's calling na das wird doch wieder der rainbow sein hallo in time you crazy son of a gun you did it now we can settle this mano a mano don't you think i'm leaving you something by the entrance to your building consider it a parting gift be careful that trench coat wearing government spook is up to something hm wir haben alle tapes ja natürlich ich streiche dich jetzt wieder so lange bis es nicht mehr geht das ist mehr für dich denn es ist für mich, oder es ist für mich pet all you want i'm not giving you my social security number haha verdammt the pets are strong with this one aber deine kreditkarte kannst du mir doch noch geben oder oh warum eigentlich so böse ist doch eigentlich eine ganz liebe okay wir holen uns denn jetzt mal die letzte schallplatte würde ich mal sagen oder bevor wir bevor wir hier rausgehen aber zuvor gehen wir auf den dachboden weil wir haben ja jetzt das funkgerät und wir können endlich die türen öffnen okay boah Tempo schon auf 4 erhöht konnten wir eigentlich sonst noch irgendwas machen mit den mit dem funkgerät hier oh und nochmal ausdauer aber da haben wir nur eine pille konnten wir noch irgendwas öffnen mit dem funkgerät ich glaube nicht ne bin mir nicht sicher also außer jetzt in dem appartement von von lukas wo wir natürlich jetzt hingehen werden um uns auch die letzte schallplatte anzuhören und du dü äh stockwerk 1 wir wollen ins grüne appartement bitt alle lichtes leuchten Kontrollpunkt das hört sich nicht gut an Ich bin weg Nein, 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 damit geben wir uns gar nicht ab Damit geben wir uns gar nicht erst ab Wir gehen direkt hier hin Nein, warte mal, wir brauchen Strom Ich kann mal verpinken das an Ah, du heiliger Warten Ah, shit Warum nur? Was? All my friends are dead False Nutjob War's hell Oh, Gottes willen Warte Geht das hier hoch? Boah, ist ja ganz schön viel hier Zum Glück geht das nicht auf Zeit Dann würde ich durchdrehen Zum Glück geht das nicht auf Zeit Sonst drehe ich durch Äh Nein, falscher Warum? Ach so, ja, natürlich Ich komme da jetzt nicht ran, oder was? Ah, okay Oh, die letzten Ja, die Schallplatte Sie ist da Ich bete für dich, Alfonso Wiela Wie ich es jede Nacht wue Auch dass deine Seele in Frieden ruhen möge Auch dass du über deine Brüder hier unter den Lebenden wächst Wo auch Wo auch du hättest sein sollen Wenn diese schrecklichen Fehler nicht passiert Wären Wenn diese schrecklichen Fehler nicht passiert Und diese unglücklichen Umstände nicht eingetreten wären Ich bitte um deine Vergebung und Hilfe Und Hilfe, mein Freund Gib mir Stärke Um die zu überwinden Die unseren Geist versklaven wollen Um jenen In der Dunkelheit Licht zu schenken Um jenen wieder Glauben zu geben Die ihn verloren haben Amen Oh ja, das ist wieder dieser Krieg der Weltenverschnitt Ein Rohrschachttest? Hm? Schon mal gesehen? Klar Nicht wundern, wenn ich etwas Verrücktes sehe In Ordnung Erstes Bild Sieht wie ein Haus an einem See aus Gut Zweites Bild Irgend so was wie Eine Pilzwolke Drittes Bild Oh, ähm Sieht irgendwie aus wie ein Ähm Hey, kann ich ein Glas Wasser haben? Ich fühle mich plötzlich nicht gut Ende der Mitschrift Okay Dann gehen wir mal Wieder in unser Büro Und hören uns unsere letzte Schallplatte an Okay Okay Hahaha Ihr kriegt mich nicht So und gleich gibt es noch ein bisschen Geballer Hab ich gesehen, ne? Da unten standen ein paar Viecher Und ein großes Vieh Und ein großes Vieh Das heißt, es wird Es wird gleich ein bisschen rumgeballert werden So Was geht? Ja, ich wollte ne Schallplatte hören Zeit für ein bisschen Musik Und jobs for each other Ehm Oh, ähm Ich wiens Also Ich wiens Aber Ich wiens Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 um gottes willen ich hab den nicht gesehen wegen der flashbang wie siehst du überhaupt aus jungen auch mal nett dich von nahen zu sehen aber du siehst echt merkwürdig aus soll ich jetzt klavier spielen anscheinend darf ich ich bin ach so oh nein dann die searcher rumband rainbow ich habe wieder alles aber wie wie bestimmt im spiegel dann zeichnen sich denn irgendwelche wege auf oder so ja oder auch nicht nicht einfach übergehen ne anscheinend nicht naja ein versuch war es wert ein versuch war es wert vielleicht waren das ja irgendwie unsichtbare brücken oder so wer weiß ja schon aber anscheinend kann ich denn hier weit springen ok was für glückwünsche ich will mich doch bearschen hier willst mich doch willst mich doch eiskalt verkack eiern eiernacken alte semtbeule ich mach lieber ein stein zur zeit jawohl aber warum ich will dir nicht unterlegen mach dich fertig mach dich fertig mach dich fertig wir werden noch sehen wer hier wem unterlegen ist oh nein das war nicht gut ich falle ganz schön lang ach gott ich falle ganz schön lang ach gott ich bin ich bin du guck ich du ja du ich du du spiel du 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 Ja, danke. Oh, ich komme jetzt nicht weg. Es gibt sogar eine Schallplatte von Rosemary. Oh, okay. Aber ich hätte gedacht, jetzt tatsächlich nur so von den einzelnen Tonbändern. Wir laden mal kurz unsere Ausdauer wieder auf. Und von ihm hier vielleicht noch eine. Irgendso, irgendeine ganz verrückte Schallplatte. Du hast in deinem Drogenadult-Mind, mitgerüstet und schluckt. Du bist der Kapitän der SS-Wales und du bist schlägt. Es gibt keine Erlösung. Okay, wir dürfen definitiv nicht die Kontrolle verlieren. Also er darf unserem Verstand auf jeden Fall nicht übernehmen. Der Typ, der Typ ist echt gefährlich. Beziehungsweise, was heißt der Typ? Also, ja. Die Laborerscheinung hier. Die Laborzüchtung. Jetzt ist allerdings auch die Frage, sind wir mit diesen Tonbändern die ganze Zeit schon in unserem eigenen Verstand? Dafür muss man allerdings nochmal in das Level von Lukas. Achso, ja. Nee. Nee. Ich glaube, wir ziehen das hier einmal durch. Weil, wie gesagt, ist ja auch schon spät. Ich wollte ja jetzt nicht nochmal irgendwie rumsuchen oder so. Was? Ich bin jetzt nicht das. Was? Ok 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 Ah nein Oh doch Au Throw in Flashbang Ha 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 Ich gehe umdraht Ich sehe nicht Oh hab ich sie? Hab ich sie? Wo bin ich? Ah da ok Oh Oh nein 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 Seine Hand Seine Hand Seine Hand Seine Hand Seine Hand Vamonos Desmond Der rasende Narr der Stier Wusch Boah heieieiei Ok was geht denn hier ab Sag mal So ein Ne eine fehlt doch noch oder? The Flash Hour das wird we tun Ne doch nicht Ich gehe nach hinten Ich gehe nach hinten Ich kann grad den Chat Den Chat nicht lesen Uuuuhh 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 I kick your ass Was das Dich mit euch gebe ich mich gar nicht ab hier Uuuuhh 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 Ich habe keine Ahnung was ich hier mache Uuuuhh Virginia hat einen Effort um ihre Narrative zu ändern Uuuuhh Uuuuhh So und jetzt? Muss ich hier noch was? Ne Uuuuhh Uuuuhh Ah ok Ich verstehe schon Ich muss jetzt da hinten zu der Lampe ne Ich угse hierher Uuuuhh Uuuuhh Wof Ich bin von dem Motto die Hälfte Lowei okay das war ne lustige Mechanik geil High Five High Five Wow Nein 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 Oh Gott, wie doof. Oh Gott, wie doof. Ah, das ist perfekt. Oh, oh, oh. Jawoll, Geronimo. Boah, ist das riesig hier, sag mal. Ah, jetzt sind wir, okay, wir sind, wir sind im zweiten Level quasi. Oh, oh. Oh Gott. Ich habe keine Worte mit mir gegeben. Du solltest nicht sein, was du schreitest. Ich bin ein Worte. Stimmengewinn! Du solltest nicht mehr werden. Du solltest nicht mehr erlaubt. Ich schreit mich nicht mehr. Du solltest nicht mehr und nicht mehr, was du willst. ok oh nein ich bring voll in die scheiße rein ja 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 nachladen so zweites das war der blitz oder war das der blitz blitz oder schatten blitz oder schatten ja ok ja alles klar ja 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 nein auch für mich hier noch mal auf nein okay wie schmeckt die polizone ja wenn man die level war okay ja 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 alles klar okay verdammt aber erzielt glaube ich war gerade gar nicht so schlecht Okay, ja, danke. Okay, ja, danke. Ja, das ist nur noch der eine hier, oder? Nee. Au. 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 Ich bin kein Weck, du hast keine Chance. ich will ja alles mit dem an Energie genau deswegen wir wollen mehr okay jetzt hier ne uiuiui wir sind jetzt im wald mit luca hier kommen bestimmt jetzt wieder ganz viele tolle gegner oh god ich weiß jetzt natürlich nicht ob ich die tatsächlich alle machen muss ich meine ich mache es einfach ja da vorne gehen noch die lichter an ok ja 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 oh shit nein die wollte ich nicht nehmen nein oh gott die ist ja auch leer ja 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 Nein, nein! Verdammt. Shit. Oh nein, ich bin hier. Ich liebe mich. Alles klar. Je weiß. Ich bin hier in deinem Leben. 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 Ich weiß nicht mehr, wie dein Leben. Ich bin hier nicht etwas, was du aufzuhalten. Ich bin nicht etwas, was du überstimmst. Auch in deinen besten Momenten. Du bist in mein Leben. Ich bin hier in meinem Leben. Ich habe dich auf mich gehalten, weil ich nicht wollte, diese Seite meiner Seite. Ich wollte nicht glauben, Ich glaube, es ist nicht mehr. Ich accepte ihn. Ich accepte meine Gefühle, meine Gefühle, meine Insekurität. Ich accepte sie alle. Und ich wähle, ich weiterzugehen. Oh. Oh. Oh, shit. Nein, nein. Aua. Du kannst nur auf den Namen rechnen. Ich habe Angst, dass unser Zeit ist. Die nächste Zeit, wenn du mit mir sprechen möchtest, mach ein Appointment. Ich habe es, oder? Ich habe keine Munition mehr. Improvisieren, anpassen, überwinden. Geschafft, oder? Bezwinger Agent Rainbow. Jawoll. Oh. Wenn ich jetzt doch gestorben wäre. Oh. Das war doch, das war doch sein Hut, oder? Oh, wir sind in unserem eigenen Turmband. Okay. 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 Da waren wir ganz am Anfang auch schon, als wir das erste weiße Tape von ihm bekommen haben. Es wird nie so sein. Ich bin dankbar, um zu überleben. Aber, auf welchem Kosten? Ich bin noch zu wissen. Während ich die Flügel sehen kann, kann ich auch meinen Kopf fühlen. Mein Gehirn ist... ...pulsiert. Etwas ist anders. Ja. Ja, etwas ist anders. Ja. Das ist... ...einiger Mist passiert hier mit uns. Wir sind durch echt schräge... ...Welten gelaufen. Hm. Ich bin wirklich mal gespannt, was gleich passiert, wenn wir durch die Tür gehen. Und ich bin in Sound Mind. Jawohl. Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. Aber ich frage mich halt immer noch, was mit der Katze ist. Ich hoffe, das klärt sich noch auf. Wir müssen ja jetzt wieder in unserem Büro sein, oder? Ja. Und die Katze steht da vorne. Hey. 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 Ich bin wirklich stolz von dir, Desmond. Aber... Ja, bist du. W-what? Well, wir sind noch hier, nicht wahr? Oh, Mann. Ich hoffe, ich bin nicht hier immer wieder stuck. Zeitloser Höhe. Patience. Und grace. Hier. Ich denke, du kannst jetzt mit deinem Locked-Roll. Mmh. If you have any unfinished business, take care of it and meet me on the roof when you're ready. Okay. Jetzt die Chance dazu. Das finde ich ganz cool, dass man, äh, dass vorher einem noch richtig gesagt wird, so, hey, hier, ähm, ab jetzt ist ein Point of No Return. Success. Sollen wir mal gucken. Das Schlafzimmer würde ich mir gerne nochmal anschauen. Ach du, ach du, okay. Was? Hm. Ich fackel mein Schlafzimmer hier ab. Das ist ja... Oh. Halbplatte Desmond. Aha. Desmond. Bitte hasst mich nicht hierfür. Ich weiß, dass du es niemals zugeben würdest, aber ich kenne dich. Du hast mir vier Jahre geschenkt, wofür ich dir unendlich dankbar bin. Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, bedeutet mir alles und ich weiß, dass es dir trotz allem auch so geht. Und jetzt kommt ein großes Aber. Aber ich kann einfach nicht mehr. Ich will glücklich sein, Desmond. Glücklich. Ich weiß, dass du es gut meinst, aber deine übertriebene Fürsorge und deine paranoide Angst davor, wer im Moment was weiß, machen mich verrückt und lassen mich zweifeln. Du bist etwas so Besonderes, so klug und voller Liebe, aber manchmal blenden dich deine eigenen Gefühle und Probleme. Meistens. Wie kannst du für mich da sein, wenn du die meiste Zeit in deinem Kopf gefangen bist? Nun wieder frage ich mich, wie du überhaupt deine Karriere wählen konntest, in der du für andere da sein musst. Ich liebe dich, Desmond. Es tut mir leid. Kümmere dich um Tonja. Magdalena. Oh. Also sind wir selber auch in harte Depressionen irgendwie abgerutscht dadurch? Kann das sein? Meine liebste Tonja, mein Herz ist schwer vor Trauer. Die Leere, die du hinterlassen hast, kam unerwartet. Worte allein können nicht beschreiben, wie sehr ich meine Taten bereue. Dass ich das toxische Verhältnis zwischen der Katze und der Lilie nicht bemerkt habe, war mir eine Lektion. Doch ich fühle mich so dumm. Ich sitze in meinem Büro und erinnere mich daran, wie du Zeug von meinem Schreibtisch geworfen und mich dann voller Erwartungen angestarrt hast. Wie du neben mir saßt und neugierig dem Problem anderer zugehört und ihre Fehler akzeptiert hast, indem du sie dich hast streichen lassen, gehört zu meinen liebsten Erinnerungen. Danke, meine liebe Freundin, für die unzähligen Tage voller spielerischer Gelassenheit, für deine Liebe und dafür, dass du mich gewählt hast. Desmond. Wow. Okay. Ach du Scheiße. Warte, Patientenname Tonja? Zehn Menschenjahre? Nein. Patientenname Tonja Stubenhocker, Wales. Alter, zehn Menschenjahre. Diagnose, achso, zehn Menschenjahre, okay. Diagnose, geringes Trauma im Kätzchenalter, das von einem möglichen Aussetzen herrührt. Abnormale Level am Faulheit, die manchmal sich an einer kaltschnäuzigen Antriebsschwäche sich zu bewegen und oder die Umgebung wahrzunehmen äußert. Vermutet wird eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Umstände der Behandlung kam an einem verregneten Abend vor neuneinhalb Jahren zu mir an die Haustür, schwach und unterernährt, sehr rätselig und liebenswert. Sie schien unverletzt zu sein und sie hatte sich entweder verlaufen, war vergessen oder ausgesetzt worden. Ich entschied mich sie, und da sie so nett war zu mir zu kommen, hier reinzulassen und sie gesund und rund zu pflegen. Persönliche Geschichte Herkunft ist gewissermaßen unbekannt. Kett Antonja zeigt das normale Verhalten, das sie sehr wahrscheinlich mit einer königlichen Linie des antiken Ägypten verbindet. Nach bestem Wissen würde ich sagen, sie ist entweder ein direkter Abkömmling, der bastet oder tanzlechtlich die Seele der Katzengöttin persönlich, die unsereins die Ehre der Pflege übertragen hat. Psychologische Notizen Zu gelegentlichem Erstarren tendieren steht Tonja manchmal schnurtastisch still wie in einem katatonischen Zustand. Sie zeigte dieses Verhalten oft als Kätzchen und weniger oft, als sie erwachsen wurde und entspannter auf ihre Umgebung reagierte. Dieser in einem Katzenkörper gefangene dämonische Zauberer hat ganz sicher magische Kräfte. Nach zehn Beziehungsjahren frage ich mich immer, wie sie mein Herz zum Schmelzen oder meinen Verstand zum Nachgeben bringt. Mit nur einem Blick, einem einzigen Miauen. Ui. Desmond Wells, ein Gedankenexperiment in Bier gehüllt. Das finde ich, das fängt schon sehr gut an. Patientenname ich, Alter 41 sind wir. Diagnose paradoxerweise paranoid. Umstände der Behandlung. Äh, Moment. Patient folgt der bewährten psychologischen Art der Selbstanalyse. Patient spielte mit dem Gedanken, sich von dritter Seite professionelle Hilfe zu holen. Aber letztendlich befand er, dass dies zu ungewollten Ausspähen seiner Vergangenheit führen würde, was er lieber nicht tat. Nach dem Tod und Verschwinden mehrerer Personen in seiner Pflegeobgut begann der Patient seine Methoden ernsthaft zu hinterfragen. Und ob er nicht vielleicht selbst in Gefahr sei. Patient hat Schwierigkeiten, sich mit der Tatsache abzufinden, dass Magdalena nicht zurückkommen wird. Egal, wie sehr er an sich arbeitet. Persönliche Geschichte. Geboren und aufgewachsen in Milton Haven als einziges Kind. Zu viel zu lesen, zu viel zu lesen. Geboren und aufgewachsen in Milton Haven als einziges Kind von Jack und Melinda Wells. Bachelorabschluss in Neurologie und Semiotik am Pacific State College. Abschluss mit Auszeichnung. Klinisches Jahr am Virtual Med. Facharztausbildung im Archeron Falls Medical Center. Mag ausgedehnte Spaziergänge am Strand und bei Videospielen so richtig schlecht zu sein. Oh, das kenne ich. Psychologische Notizen. Patient zweifelt an der Methodik seiner Behandlung. Gibt er seinen Patienten die bestmögliche professionelle Beratung oder treibt er sie... Echt? Spät und so viel lesen. Beratung oder treibt er sie bewusst oder unterbewusst in die Selbstzerstörung? Die Gedanken des Patienten werden von seiner Sorge um seine eigene Sicherheit aufgefressen. Was, wenn das, was ihm passierte, mir passiert? Lauert hinter jedem Eck eine Gefahr? Magdalena sagte mir einmal, ich bin unfähig, meine eigenen Probleme zu lösen, weil ich knietief in den Problemen anderer stecke. Angenommen, sie hat da recht. Wie kann ich das für mich ändern? Sollte ich das? Oh, da bin ich mal überhaupt gespannt, ob wir das überhaupt schaffen. Hier ist das Ding für Tonja. Hier lag doch noch ein Zettel im Bett, ne? Ja. Was geht in mir vor? Was nicht? Ich fühle mich nicht gut. Im Gebäude riecht es seltsam. Ich vermisse sie. Die Welt erdrückt mich. Ja, wir sind... In ein extrem tiefes Loch gefallen durch... Dadurch, dass Tonja gestorben ist. Bloß, dass unsere Freundin Magdalena uns auch noch verlassen hat. Oh, echt uncool. Echt uncool. Ich dachte, ich könnte hier im Broadcast-System vielleicht noch eine Videokassette reinsetzen oder so. Kann ich hier irgendjemanden anrufen? Nöö. Da draußen ist niemand. Wir gehen mal aufs Dach, liebe Freunde. Wir gehen mal aufs Dach. Wir haben ja jetzt wirklich einiges an Hintergrundwissen erhalten. über den Regenbogenmann, über Tonja, über uns selber. Ich glaube... Ach, die Schallplatte. Ja, stimmt. Denk an die Schallplatte. Chan, vielen, vielen Dank. Okay, dann hauen wir hier jetzt nochmal die Schallplatte rein. Jawohl. Dann hauen wir da nochmal rein. Ich mach mich nochmal stumm. Genießen wir den Song. Dann hauen wir da nochmal ein bisschen, aber ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht zu ihm. Er ist Angst, weil er genau weiß, was du bist. Was bin ich? Zeit wird es sagen. Patience und Gräse. Also, das ist ein Wiedersehen? Du hast vorhin gesagt, ich würde es nicht vergessen. Entschuldigung. Es war meine Schuld. Ich sollte es wissen. Du hast dein Bestes gemacht. Du liebst mich. Und das ist alles, was ich immer gebraucht habe. Besonders, ich lebe in deinem Kopf. Also, das ist etwas. Danke, Tonya. Für alles. Du bist ein wirklich cool Katze. Ja, ich weiß. Ich... Hm. Patienten und gute Absichten. Nein, Tonya. Bitte nicht. Oh, warum denn gerade du? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Oh, die arme Tonya. Gott, das war ja mega traurig gerade am Ende. Oh, shit. Oh, sind sogar ein bisschen in die Tränen gekommen, muss ich ehrlich dazu sagen. Das mit der Katze, das hat mich doch ein bisschen sehr berührt. Ähm. Was für ein super, super tolles Spiel. Mir fehlen ein bisschen die Worte, muss ich sagen. Weil es ist tatsächlich selten, sehr selten, dass man ein so gutes Horrorspiel hat. Ein psychologisches Horrorspiel. Das war ja noch nicht mal wirklich mit vielen Jumpscares oder so. Klar, die waren da auch mit bei. Aber halt nicht völlig, aber überhaupt nicht überwiegend so. Das ging ja wirklich mehr der intelligente psychologische Horror, der hier stattfindet. Und ganz ehrlich, die Story und die ganze Liebe, die dahinter steckt, auch mit den Schallplatten, ist einfach grandios. Also Hut ab an die Entwickler hier. Und an den einen YouTuber, der die Lieder geschrieben hat. Boah. Oh, mich nimmt das mit der Katze, nimmt mich echt mit, Leute. Das tut mir leid. Das mit der Katze nimmt mich gerade so ein bisschen mit. Ah, ich wollte sie nicht nur begrapschen, Searcher. Ich bin ein Tierfreund. Ich will nicht, dass Katzen sterben. Nicht mal in Spielen. Auch wenn ich früher bei Hostel mit einer Katze als Schalldämpfer rumgelaufen bin. Aber das war früher. Mittlerweile würde ich das auch nicht mehr machen. Was für eine schöne Endmusik, oder? Total passend. Ein grandioses Spiel. Ein absolut grandioses Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe da jetzt auch überhaupt nichts. Außer, außer vielleicht zwischendurch das Springen. So, das war, das hat ein bisschen gehakt manchmal. Aber ansonsten habe ich absolut gar nichts auszusetzen an diesem Spiel. Und das ist super selten. Ansonsten hat man ja immer irgendwie so kleine Endpunkte oder so. Aber die habe ich ja echt überhaupt nicht. Jedes Level war auf seine eigene Art und Weise komplett unterschiedlich zu den anderen Levels. Man hat jedes Mal wieder einen neuen Gegenstand gefunden, womit man neue Wege geöffnet hat. Und es war einfach sehr schön und intelligent gelöst. Wieder so richtig schön auch zu sehen, dass die Indie-Entwickler es einfach drauf haben. Also viele Indie-Entwickler-Studios, die jetzt nicht hinter großen Studios sitzen. Die machen sich, die denken sich was aus. Machen sich da ihr Konzept. Wie gehen wir vor? Machen wir ja ihren Plan? Und programmieren das dann einfach. Und stellen ein fertiges Spiel her. Jupp war ein schönes Game. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auch wenn sie schon tot war. Es ist trotzdem traurig. Sie hat uns hier die ganze Zeit über das ganze Spiel hinweg begleitet. Und für mich und für uns fühlte sie sich ja auch gar nicht tot an. Wir haben es ja quasi so ein bisschen verdrängt, dass sie tot ist. Die trauen sich halt was. Ja, genau. Das ist es. Die trauen sich halt wirklich mal neue Schritte zu gehen, andere Schritte zu gehen. Wirklich auch mal kreativ zu sein. Und das hat man besonders in diesem Spiel gemerkt. Also die Kreativität war ja definitiv sehr, sehr hoch. Ein schönes Spiel. Wie jetzt auch die ganze Stadt hier überflutet ist, ne? Ist hier tatsächlich eine Atombombe eingeschlagen oder was? Weil hier ist ja alles überflutet. Oder ist das immer noch unser Traum, ne? Desmond, kannst du mich hören? Sind du da drin? Was ist denn da drin? Dammit. Komm raus Desmond. Komm raus. Komm raus. Hör auf Jacob. Desmond. Du wohnst. Ja. Ich hörte dich, Mann. Ich hörte dich in der Back of my mind. Mein Gott. Was hast du mit diesem Ort getan? Entschuldigung von dem Paket auf dem Tisch. Ich glaube, sie haben dich zu dir bevor ich hatte. Bastards. Du wirst alles gut sein, mein Freund. Rest. Und wenn du besser fühlst, wir werden den Kampf an ihnen nehmen. Dann select nicht. inen Aus".